Er ist ja brav, sehr du ein Fehler hat, er trinkt gerne. Und war vor ein paar Tagen beim Doktor, bei der Untersuchung, hat der Doktor gefragt, Michi, hast du Probleme mit dem Alkohol? Hat er gesagt, nein, Herr Doktor, bis heute habe ich noch alles ausgetrunken. Unser Michi nun in die Schweizerische Alpen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020